Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau am 06.08.2024. Klar, Psalmen gibt es einen, hier Teil 19 der Offenbarung und noch so ein bisschen halt was drumherum. Soll Deutschlands Wirtschaftsabsturz militärisch kompensiert werden? Ja, die Frage ist sicherlich nicht nur auf Deutschland zu beziehen. Das gab es ja in der Vergangenheit sehr oft oder war einer der Hauptgründe, warum Kriege geführt worden sind. Interessante Artikel und ja, könnt ihr natürlich dann wieder hören, schauen. VK, Bitschut, Odyssee und Rambel, dreimal wird es getrailert bei YouTube. Und dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss. Ja, ihr Lieben und worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig freuen würde, wäre, wenn ja, jemand gerne interviewt werden möchte, wenn jemand gerne in meine Sendung kommen möchte, wenn jemand Fragen an mich hat, wenn jemand auch Probleme hat, die er glaubt nicht lösen zu können oder auch Tipps und Tricks, wie er das dann gelöst hat. Das ist ja für uns alle auch dann ein dankbarer Weg, wenn wir da was von aufnehmen können, davon profitieren können. Ja, huddel auch mit den Ämtern und, 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 und. Also herzlich eingeladen, da bei mir aufzutrommeln. Entweder können wir das dann machen über Skype oder über Telefon, je nachdem. Wäre eine Möglichkeit, also hier nochmal mein Angebot an euch, wäre bärenstark, wenn sich da der eine oder andere melden würde. Herzliche Einladung, gebe ich jetzt hier einfach nochmal raus. Ja, über eine Kaffeespende freue ich mich natürlich auch wahnsinnig, wenn da jemand ein bisschen was übrig hat. Aber ist kein Muss, ist alles freiwillig und wie ihr wollt, wie ihr denkt, macht, was ihr für richtig haltet. Aber ich finde halt immer Sendungen, wo ich einen Gast drin habe, weit, weit toller, weit effektiver, als nur jetzt so das Tagesgeschehen zu beleuchten. Findet ihr alles auf der Homepage bei mir und die blende ich jetzt vielleicht auch nochmal ein. Genau, das wäre sinnig und da findet ihr die Kontaktdaten und dann vielleicht ergibt sich was. Ich habe das Gefühl, ich falle den Leuten auf den Wecker, ich mache sie nervös und können Sie mir vielleicht verraten, warum?